Die achte Art Bodensee steht vor der Türe, die Aufbauarbeiten sind im vollen Gange. Was gibt es denn zu sehen? Für die 8.000 Besucher, die wir von Donnerstag bis Sonntag hier in der Messestadt Domina wartet, ergibt sich wirklich ein Mehr an Kunst. Das ist es nämlich, was bei der Art Bodensee besonders beeindruckt. Die zeitgenössische Kunst, die von 50 Galeristen präsentiert wird und gezeigt werden, von diesen 50 ausgewählten Galerien aus sieben Nationen, Kunstwerke von rund 400 Kunstschaffenden. Und da kann man sich also vorstellen, da ist die Breite enorm. Es gibt alle Genres, die es hier zu sehen und zu kaufen gibt. Von Zeichnung und Malerei begonnen bis zu großartigen Skulpturen. Hier befinden wir uns bereits auf dem Skulpturenplatz der Domina Sparkasse und da zeigen auch unsere Galeristen, was es eben in dieser Form, in dieser Ausdrucksform der Kunst, in dieser Dreidimensionalität alles für Besonderheiten gibt. Und damit kann man auch sagen, diese einmalige Gelegenheit, so viel Kunst zu sehen und sich mit den Künstlern zu unterhalten, mit den Galeristen ins Gespräch zu kommen und natürlich auch Kunst zu kaufen, die gibt es hier im Bodensee-Raum nur einmalig. Und mit dieser Sommerkunstmesse ist uns auch wirklich ein tolles Werk gelungen. Das kann man auch so sagen, gemeinsam mit den Galerien erwarten wir eben wieder großes Interesse und freuen uns, dass wir das hier für diese vier Anrainerstaaten bieten dürfen. Es gibt auch Kunst zum mit nach Hause nehmen, oder? Zum richtig ins Wohnzimmer hängen. Kunst, wenn sie gefällt, in jeder Größe und in jedem Format und in jeder Ausdrucksweise gibt es auf der Abbonse zu sehen. Und man kann es natürlich auch gleich mitnehmen und zu Hause hängen. Das Besondere daran ist auch, dass es eine Tombola gibt. Also man kann um drei Euro einen Tombola loskaufen und da gibt es eine gute Gewinnchance für Dutzende Werke im Wert von jeweils 300 Euro. Das ist dann auch gedacht natürlich für die Einsteiger, aber auch um den Spieltrieb noch etwas anzukurbeln. Es ist auch eine gute Anlage, aber im Vordergrund beim Kunstkauf steht auf jeden Fall die Freude daran. Und die kann man schon mit wenigen Euro haben, denn es gibt hier Werke von wenigen Euro bis zu 100.000 natürlich und die ganze Bandbreite dazwischen. Hand aufs Herz, wie viele Werke von der Art Bodensee hast du bei dir zu Hause? Also ich bin schon eine gute Kundin auch unserer Galerien. Ich habe schon etliche Werke in den vergangenen sieben Jahren gekauft und das wird sich wahrscheinlich auch heuer wieder fortsetzen.